Hallo und willkommen bei Hardware Art. In diesem Video zeige ich euch, wie man ein BIOS Reset macht. Das muss man meistens machen, wenn man beim Übertakten die falschen Einstellungen gewählt hat und so der PC nicht mehr hochfährt, beziehungsweise man auch keine Möglichkeit hat, mehr ins BIOS zu kommen. Und manchmal auch, wenn man einen neuen PC zusammenbaut, beziehungsweise ein ganz neues Mainboard hat, und beim Starten kein Bild erscheint, dann ist auch oft ein BIOS Reset die Lösung. Um das BIOS zu resetten, sind mir drei Möglichkeiten bekannt, ich zeige euch hier alle drei. Dazu muss der PC natürlich aus sein. Hersteller empfehlen auch noch dazu, das Stromkabel zu trennen vom PC und dann noch einmal den Startknopf zu drücken, damit auch der Reststrom rausgeht. Bei mir hat es aber bisher auch immer mit eingesteckten Stromkabel geklappt. Aber wer auf Nummer sicher gehen will, beziehungsweise bei dem, wo es nicht geklappt hat, einfach Stromkabel ziehen und dann nochmal den Startknopf drücken. Die erste Methode haben meist nur High-Endboards, und zwar ein BIOS Reset Knopf am I.O. Panel. Diesen drückt ihr einfach für mindestens fünf Sekunden und dann sollte euer BIOS auch resettet sein. Die zweite Methode haben sehr viele Mainboards, und das ist mit einem Jumper. Ob ihr einen habt und wo sich dieser befindet, könnt ihr im Handbuch nachlesen vom Mainboard. Meistens befindet der sich in der Region von der BIOS-Batterie. Dort seht ihr meistens drei Pins und zwei davon sind überbrückt. Um nun das BIOS zu resetten, nehmt ihr den Jumper heraus und steckt ihn dann auf dem Pin, der frei war, und dem mittleren Pin. Dann lässt ihr ihn mindestens fünf Sekunden in dieser Position und danach steckt ihr ihn wieder zurück auf die alte Position. Die dritte Methode funktioniert mit fast jedem Board. Und das ist die Methode, bei der man die Batterie entfernt. Die Batterie ist eine silberne Knopfbatterie, die man sehr schwer übersehen kann. Falls ihr sie nicht finden könnt, manchmal versteckt sich der kleine Huchensohn auch unter der Grafikkarte. Der Rest ist sehr einfach. Ihr nehmt einfach die Batterie heraus, wartet mindestens fünf Sekunden. Viele empfehlen 30 Sekunden, aber laut Hersteller mindestens fünf Sekunden. Und dann steckt ihr sie einfach wieder herein. Auch dann ist euer BIOS resettet. Das war's dann aber auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und ich hoffe, auch das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video.